. Das ist übrigens eine sehr langsame Verpackung, wie man sieht, aber auch ein bisschen. Damit wird das Auspackerlebnis natürlich zum Tagesfilm-Event. Und, äh, unten auf der anderen Seite kann man natürlich auch das, äh ... Du weißt gar nicht, was du willst. Bei Stepp. Er hat Stepp gesagt, ich schwör, bei Stepp 29. Ich hab Schnitt 29 gesagt. Stepp-Tänzer, oder? Oh, von ... von außen ins Tor. Ha, ha, ha. Voll doof, ne? Mach mal. Ich konnte ihn jetzt nicht. Injektor nennt sich das Ganze. Kannst du dir schon denken, was es ist? Hast du gerade gesagt, macht nichts, wir fangen nochmal an. Dafür gibt es diesen PoE-Injektor. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Ja, ein PoE-Injektor. Stefan, wie heißt du? Ja, aber pass auf, nochmal bitte. Ich war auch ein bisschen lang, oder? Ja, und du hast, glaube ich, nicht Moin Moin gesagt. Du hast direkt hier gesagt, Moa. Wenn dir mal ein Moin fehlt, dann sollst du das. Ja, wir sollten zumindest in die Kamera auch einmachen. Okay. Moin Moin. Ich hatte vorhin auch Moin sagen. Ja, wenn, dann beide. Ja. Yo.